Ja, vor dem eigentlichen Video habe ich noch eine Ankündigung für euch. Und zwar hat GarageAid jetzt ein Logo, und zwar dieses hier. Holly, was machst du da? Und wir haben die 500 Aufrufe geknackt. Yay! Wir sind jetzt bei 600 und ein paar gequetschten Aufrufen. Es freut mich mega, das heißt, der Kanal kommt bei euch gut an. Wir wachsen, wenn auch langsam. Ja, klar, 500 Abonnenten werden mir zwar ein bisschen lieber, aber hey, alles mit der Zeit. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Logo, wir haben super viele Aufrufe schon auf unsere Videos, beziehungsweise Gesamtaufrufe auf dem Kanal. Freut mich mega, ich bin hyped. Das heißt, es ist mehr Ansporn für mich, super viel Motivation. Und sie ist auch dabei. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute wollte ich euch zeigen, was ich schon am Civic gemacht habe, sowohl außen als auch innen. Zunächst einmal, wenn die Soundqualität jetzt ein bisschen anders ist über die nächsten Videos, liegt das daran, dass ich ein Riechtmikrofon gekauft habe. Diesmal auch mit so einem, also jetzt auch mit einem Windschutz. Heißt also, wenn wir Außenaufnahmen machen, hoffe ich, dass ich verständlicher bin. Weil ich habe ja selber gesehen bei der einen Aufnahme vom Civic Carpon Versuch, das war ja, naja, mehr schlecht als recht. Man hat mich ja kaum verstanden und ich wollte das jetzt auch nicht unbedingt nachsynchronisieren. Also ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft besser wird. Ich habe gestern schon die ersten Versuche gemacht. Das lief eigentlich ganz gut. Deswegen hoffe ich, dass das was wird. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann mal außen an. Ja, und außen arbeiten wir uns von hinten nach vorne durch. Wir haben einmal hier die TSS-Anlage. Ja, das ist also komplette Anlage ab Cut. Ich wollte eigentlich jetzt an dieser Stelle noch einen Soundclip einfügen. Das Problem ist allerdings, bei dem Wind wird das eher schwierig. Reiche ich euch aber nach. Ich habe mich bewusst nicht für die R60 bzw. G200 entschieden, weil das einfach eine super günstige Alternative gewesen ist. Denn wer den Jungs bei TSS auf Ebay folgt, der kann die Anlage dort für einen guten Kurs erhaschen. Also für 499 Euro habe ich damals bezahlt. So sah die Anlage vorher aus. Also bevor sie eingebaut wurde. Ja, und da sieht man, das ist eine dreiteilige Anlage. Also das heißt, der Mittelschalldämpfer besteht aus zwei Teilen. Und der Endschalldämpfer ist eben der. Gefällt mir eigentlich ganz gut, bis auf eine Sache. Diese Abrundung hier, die gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja, ist nicht so schön. Aber das will man machen. Bevor ich euch wundert, warum hier diese Löcher sind. Das ist für die Hecklippe, die ich noch zu Hause liegen habe. Da brauche ich allerdings noch diese Metalleinschübe, weil die sind alle weggerostet. Das heißt, sonst kann ich die leider nicht montieren. Weiter geht's mit dem Heckflügel. Ja. Wie man sieht, das ist kein Original EJ9 Heckflügel, sondern das ist ein seltener US-Spoiler. Ja, den gibt es auch in den USA selten auf den Hatchbacks zu sehen. Der ist nämlich ein bisschen kürzer als OEM, also beziehungsweise als der Original EJ9-Spoiler aus Europa. Und hat hier halt diese kleine Erhöhung noch. Aber der ist ungefähr so anderthalb, zwei Zentimeter kürzer. Also das sieht man schon im direkten Vergleich. Der hat auch hier keine Spritzdöse. Das heißt, die wurde jetzt von mir einmal blind gestellt. Und das ist tatsächlich... Moment, ich stelle mich mal einmal aus dem Wind. Das ist tatsächlich ein Spoiler, den ich so noch kein zweites Mal auf dem Treffen gesehen habe. Der gefällt mir echt gut. Ich weiß auch noch nicht, ob er lackiert wird oder ob er so bleibt. Aktuell tendiere ich dazu, den so zu lassen. Aber mal schauen. Ich muss mir das mal bei Photoshop vielleicht angucken. Und natürlich dürfen die ganzen Sticker nicht fehlen, wie es sich für einen Honda-Fahrer gehört. Ja. Dann machen wir weiter an der Seite. Wir haben die EK4-Felgen. Wenn man sich welche kauft, muss man darauf achten. Es gibt drei verschiedene KBA-Nummern. Jede KBA-Nummer hat eine andere Reifenfreigabe. Da sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten. Ja. Und hier drunter, das sieht man leider nicht. Aber da haben wir ein AP-Fahrwerk. Das habe ich günstig gekauft. Also es war auch sehr gut vom Preis her und vom Zustand. Auch hier habe ich mich bewusst gegen TH Technics, ST, Suspension etc. entschieden. Weil ich denke, dass AP für das Geld, was sie verlangen, einfach ein extrem gutes Fahrwerk liefern. Was nicht zu hart ist, was nicht zu weich ist. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal damit jetzt gefahren, seitdem ich wieder darf. Und ich muss sagen, das ist echt mega, mega angenehm. Und ich bin schon in ein paar anderen Fahrzeugen mit anderen Fahrwerken mitgefahren. Die haben mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Also von daher, das fand ich jetzt so preis-leistungstechnisch super gut. Und danke nochmal an Daniel. Ja, war echt ein geiler Preis. Konnte ich nie Nein sagen, tut mir leid. Ja, also weiter geht's. Obligatorisch die Klim Air Windabweiser. Ja, also da kommt vielleicht bald noch OEM Windabweiser von Honda dran. Aktuell reichen die. Die kosten neu, glaube ich, 50 oder 60 Euro. Müsst ihr mal gucken, vielleicht, wenn ihr die haben wollt, ob ihr gebraucht welche kriegt. Dann haben wir hier einmal die klaren Seitenblinker. Das sind No-Name-Produkte von Ebay. Haben trotzdem eine E-Nummer. Haben, glaube ich, auch nur für die beiden zusammen 8 Euro gekostet. Ich meine, die gäbe es auch original von Honda. Da seid ihr allerdings preislich ganz woanders. Also die haben 8 oder 10 Euro gekostet, so um den Dreh. Dann ein eher unauffälliges Detail haben wir hier. Und zwar die Jazz Wischerdüsen. Also wer die Original EO9 Düsen kennt, weiß, dass da so diese zwei Ausgänge sind. Das ist jetzt eine Fächerdüse. Vom Sprühfilm ist sie halt natürlich deutlich angenehmer. Kostet auch nicht die Welt. Also ich meine, neu kosten die jetzt zusammen 35, 40 Euro. Ja, dann geht es an die Front des Autos. Hier hat sich am meisten getan in der letzten Zeit. Ja, also ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Auto vorher ausgesehen hat von vorne. Also wie ihr seht, das ist das große Haar. Das sah alles nicht so schön aus. Und auch von hinten, da hatte ich keine Facelift-Rückleuchten drin. War alles irgendwie ein bisschen üsselig. Also wir haben hier einmal die Scheinwerfer mit den lackierten Inlays. Scheinwerfer aufmachen, Inlays rausnehmen. Und dann selber lackieren, das ist alles gar kein Problem. Dann haben wir hier die nachgebauten Nebelscheinwerfer. Die OM-Nebelscheinwerfer, dafür liegt der Kabelbaum im Facelift schon. Bei den nachgemachten nicht. Das war ein bisschen krampfig. Aber, was ich dazu sagen kann, auf der Rückseite der Schürze ist bereits markiert, wo man mit dem Lochbohrer rein muss. Das heißt, das ist alles von der Montage gar kein Problem. Ich finde, die passen auch extrem gut. Auch die Montagepunkte sind alle schon fix. Dann haben wir hier das nächste US-Teil, beziehungsweise in diesem Fall habe ich es aus einer Civic Erdgaslimo. Denn diese Baureihe gab es auch als Erdgaslimousine. Ja, das ist im Gegensatz zum Facelift, hat der ein kleineres Emblem. Sieht auch ein bisschen schöner aus, sieht halt ein bisschen cleaner aus. Das Chrom kommt irgendwann noch weg, aber das erzähle ich euch in einem separaten Video sicherlich mal. Dann haben wir hier die Moven-Style-Lippe. Da muss ich einmal... Ja, also die Moven-Style-Lippe, ich wollte eigentlich erst Spoon haben. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass die hier oben einmal, also die Spoon einmal so hoch geht. Das macht die Moven nicht, das heißt, die sitzt natürlich deutlich tiefer von der Optik. Was mich im Endeffekt auch gar nicht stört. Ja, also am Anfang dachte ich mir, okay, es sollte schon irgendwie die Spoon sein, weil ich mich darauf so fixiert hatte. Jetzt allerdings muss ich sagen, die Moven gefällt mir ganz gut und die kommt auch nicht mehr runter. Ja, das war es eigentlich von dem, was außen passiert ist. Ich weiß, das ist jetzt natürlich nicht so extrem spannend viel, aber das Problem war, als ich den Wagen damals gekauft habe, musste ich extrem viel an der Technik machen. Also wir haben, also ich habe alleine, lass mich nicht lügen, vielleicht 1000 Euro nochmal in die Technik gepumpt. Ich habe den Wagen damals für 1600 Euro gekauft. Er war, also er ist auch optisch von außen, Kratzer, Dellen hat er Unmengen, weil die Vorbesitzerin leider nicht so pfleglich mit dem Auto war. Ja, der Erstbesitzer hingegen schon. Leider hatte ich davon nicht mehr viel. Ja, das ist halt das Problem gewesen, aber dafür ist er rostfrei, also komplett rostfrei gewesen und ist er immer noch. Weil der hat vor mir noch nicht einen einzigen Winter gesehen und das fand ich, war halt das Verkaufsargument für den Wagen damals. Deswegen habe ich mir den auch so günstig quasi geschnappt. Vorher sollte der mal irgendwann 2000 Euro kosten. Händler hat den nicht losgekriegt, also Schnapper gemacht. Ach ja, und kleiner Nachtrag zum Fahrwerkeinbau, wenn ihr das Fahrwerk einbaut, müsst ihr nicht hinten die Verkleidung rausnehmen, sondern kauft euch einfach eine große Verlängerung. Und dann könnt ihr von hinten, wenn ihr die Lautsprecherabdeckung abnehmt, dann könnt ihr eigentlich mit der großen Verlängerung bis zum Dom vorkommen und dann könnt ihr das einfach ganz entspannt abschrauben. Das geht ohne Probleme, also wir hatten da damals auch keine Großarten gegen Schwierigkeiten. Ich dachte auch erst, man müsste die komplette Verkleidung abbauen. Dann müsst ihr nicht. Ja, also lasst euch da nicht irritieren. Das funktioniert ohne Probleme. Also ich bin jetzt einmal aus der Tiefgarage rausgefahren, damit man auch den Innenraum sieht, der immer noch nicht zusammengebaut ist. Also es fehlt nach wie vor die Mittelkonsole und das Handschuhfach. Soll uns aber nicht stören. Ich habe einmal den Innenraum so zusammengesteckt, dass ich ihn euch zeigen kann. Heißt also, dass alles, was ich verbaut habe, auch sichtbar ist. Und wir fangen an. Moment, ich mache einmal die Tür auf. Ich filme einmal quasi von außen in den Innenraum rein. Also wir fangen an mit dem Tacho. Den Einbau habt ihr ja gesehen. Falls nicht, guckt auf jeden Fall. Oben ist das Video verlinkt. Dann geht es weiter mit dieser tollen Mittelkonsole. Ja, das ist eine US-Mittelkonsole. Das heißt, die hat keinen Aschenbecher mehr, wie ihr seht, sondern nur einen 12-Volt-Anschluss. Also es gibt die zu kaufen mit so einem 12-Volt-Inlet-Deckel. Den habe ich nicht gekauft. Braucht ihr auch nicht, weil der Original-Ziarettenanzünder auch reinpasst. Und wenn ihr sowieso, so wie ich, ein USB-Ladegerät drin habt für Handys, dann ist das sowieso absolut egal. Dann da drunter haben wir, und da muss ich einmal mein Handy wegnehmen, ein EK9 Becherhalter. Der ist leider in diesem Fall nicht ganz so gut vom Zustand, weil eigentlich sollte die Feder, die hinten sitzt, jetzt dafür sorgen, dass der so hochklappt. Also so, uh, ja, das tut die in dem Fall nicht, weil die irgendwann mal rausgebrochen ist. Wahrscheinlich bevor ich den gekauft habe. Macht aber nichts. Ja, also man kann die ja trotzdem, man kann den trotzdem quasi so einmal hochheben, sein Getränk reinstellen und das ist gut. Was auch ein Grund ist, warum ich die Mittelkonsole hier gekauft, also die Konsole hier oben gekauft habe, weil ich hier größere Getränke dann quasi reinstellen kann. Das ist also die EK9, der EK9 Becherhalter mit dieser ganz tollen, ja, ich weiß nicht, Plakette möchte ich es nicht nennen unbedingt, die ich aber auch so noch nicht gesehen habe, weder bei Google noch in irgendeinem anderen Fahrzeug. Auch der Becherhalter ist sehr, sehr selten. Also habe ich auch so erst zwei, drei Mal vielleicht auf Treffen gesehen. Und falls ihr euch neue Innenraumteile kaufen wollt, zum Beispiel in den USA kann ich das immer sehr empfehlen. Die Amerikaner haben braune Innenräume, Light Grey, also helles Grau und Schwarz, manchmal. In diesem Fall steht eure Innenraumfarbe hier, das ist hier in der Türinnenseite, und zwar in diesem Fall Dark Grey. Das heißt, alles was ihr kauft in Dark Grey passt auch optisch, sodass ihr keine Farbunterschiede habt. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier meine OEM Dark Grey Konsole und hier die mittleren Lehne aus dem EK4. Und da sieht man den Unterschied, weil der EK4 eben einen schwarzen Innenraum hat. Ach ja, was ich euch noch eben kurz erklären wollte, wenn ihr einen EK9 Becherhalter kauft, mit diesem ganzen Klimm-Bim drumherum, also mit diesem Fach etc. pp., dann müsst ihr dieses Einschubfach ausbauen, weil hier unten das Fach ist beim Rechtslenker anders als beim Linkslenker, also die Verschraubpunkte. Das sieht man aber auch an der Konsole hier sehr gut, dass die auf der einen Seite weiter nach außen geht, als auf der anderen Seite. Und beim Rechtslenker ist es genau andersrum. Dann haben wir einen meiner ersten Käufer, auf den ich rückblickend nicht ganz so stolz bin. Und zwar den Schallknopf zusammen mit dem Alcantara Schaltsack, den ich jetzt nicht wieder richtig reingefriemelt habe. Also der muss nach dem Umbau dann wieder komplett schön gemacht werden. Die habe ich irgendwann mal zusammen für 14 Dollar gekauft. Sieht ganz in Ordnung aus, gefällt mir aber jetzt mittlerweile nicht mehr so gut. Heißt also, fliegt bald mal raus. Muss ich mal gucken. Also so Schallknopf-technisch habe ich so einiges im Kopf. Also ich würde gerne einen von We are Likewise kaufen. Und Schaltsack müsste ich mal schauen. Da gibt es eigentlich auch ganz schöne Alternativen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu dunkel. Ich sehe das gar nicht. Also vom Schaltsack gibt es, wie gesagt, auch schöne Alternativen. Da muss ich mal gucken. Muss nicht unbedingt Alcantara sein. Leder tut es auch. Müsste man einfach mal schauen. Kosten ja auch nicht die Welt. Mal gucken. Ja, dann haben wir hier einmal die Mugen-Pedale. Ja, also die sollen angeblich OM sein. Laut meiner Recherche müssten sie das auch oder sollten sie das auch sein. Ich würde allerdings meine Hand dafür jetzt nicht unbedingt ins Feuer legen. Aber die sehen schon echt gut aus. Ja, sie haben so eine Gripoberfläche. Das merkt man auch beim Fahren. Und das Gaspedal ist ein bisschen länger. Also ich habe das Gefühl, der Fuß legt sich auch besser darauf ab. Aber das ist vielleicht nur eine subjektive Meinung. Und jetzt kommen wir vorne zum Sahnestück. Ja, also zum absoluten Sahnestück. Das habe ich so in einem Fahrzeug auf einem europäischen Treffen noch nicht gesehen. Das ist so selten das Teil. Ich musste es haben. Und zwar, wenn ich jetzt beispielsweise eine Sonnenbrille dabei hätte und meine alte Brille woanders hinpacken möchte, seht ihr, ein Brillenhalter für zwei Brillen. Also hier vorne eine, hier hinten eine. Ja. Habe ich aus Thailand bestellt. Hat mit Versand, glaube ich, 120, 140 Euro. Kostet irgendwo so um den Dreh war das. Ja, also das ist mein schicker Brillenhalter. Das ist eigentlich ein riesen Klopper. Man denkt erst, dass der die Sicht nach hinten beeinträchtigen würde. Tut er aber nicht. Also man kann durch den Innenspiegel nach wie vor super durchgucken. Der wird hier auch quasi oben am Spiegel befestigt. Man muss also diese Verkleidung einmal abnehmen. Dann wird er darunter geklemmt. Ganz normal verschraubt mit den normalen OEM-Schrauben. Also die ihr sowieso schon drin habt. Und dann ready to go. Und dann sitzt er hier so schön. Und das ist ein echter, echter Hingucker. Ich habe, wie gesagt, den noch nicht so gesehen. Oder überhaupt noch gar keinen gesehen. Wenn ihr vielleicht schon mal einen gesehen habt, sagt auf jeden Fall mal Bescheid. Würde mich mal interessieren. Das ist die Abdeckung, die ich vorhin meinte, wegen dem Fahrwerkseinbau. In diesem Fall haben wir hier Boxen drunter. So wie das Serie gehört. Ja, also den gab es OEM mit Boxen hier hinten. Das sind auch OEM-Boxen jetzt drin. Also keine Aftermarket-Speaker. Ja, also ich habe kein extrem krasses Soundsystem hier drin. Brauche ich allerdings auch nicht. Und dann haben wir ein weiteres Bonbon hier unten. Und zwar kennt jeder EO-9-Fahrer das, dass diese blöden Kofferraumböden ständig weggammeln. Weil meistens übers Dach Feuchtigkeit eindringt. Also hier haben wir jetzt ein Material aus der Luftfahrt. Den habe ich mal günstig, also günstig in Anführungsstrichen bei Basti gekauft. Gibt es auch kein zweites Mal. Ist also ein Unikat. Freut mich umso mehr. Und der ist echt mega, mega belastbar. Sehr leicht und sieht auch noch relativ gut aus, sage ich mal. Also könnte man quasi auch folieren oder so, aber sieht ja keiner. Bevor ihr euch fragt. Ja, das hier im Hintergrund ist Sydney Industries, das Werk 79. Denn wie ihr ja wisst, ich wohne in Dortmund. Das heißt, der Weg dahin ist nicht ganz so weit. Und damit man mich auch wieder richtig versteht, setze ich mich mal wieder schön ins Auto hinein. Das war es von dem Video, was ich schon am Auto gemacht habe. Sowohl innen als auch außen. Technisch muss ich sagen, das kann ich euch allerdings nicht zeigen, ist ein S20 Getriebe verbaut worden. Das heißt aus dem EG3. Das originale S40 ist rausgeflogen. Das haben wir dann im Rahmen der neuen Kupplung sowieso machen wollen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich günstig ein S20 Getriebe. Dann ist es halt auch rausgeflogen. Es macht sich bemerkbar. Untenrum auf jeden Fall. Also wenn man beschleunigt, ist das Wahnsinn, wie viel kürzer das ist. Allerdings muss ich sagen, sind damit keine Höchstgeschwindigkeiten drin. Also alles, was schneller als 120 ist, vielleicht 130, 140, wollt ihr damit nicht fahren. Weil es einfach abartig ist, wie schnell die Tanknadel dann in den Keller fällt. Ganz einfach, weil natürlich das Auto nicht dann auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist. Natürlich hat er auch die 90 PS Dichtung und und und. Allerdings werde ich jetzt im nächsten Video euch noch erklären, was ich noch alles am Fahrzeug vorhabe. Sodass das quasi ein Zweiteiler wird, weil sonst wird das hier zu lang. Und ich glaube, 20 Minuten Videos will kein Mensch gucken. Deswegen machen wir jetzt hier Stopp. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Ja, lasst einen Kommentar da, teilen, liken, ihr wisst ja Bescheid. Bis zum nächsten Mal, wenn ich euch dann erkläre, was noch am Auto gemacht wird. Bis denn, tschüss.